Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Jo, ich hab jetzt längere Zeit kein Xenoblade Chronicles, aufgrund von Spezialwochen für Goblin Stone und Princess Peach Showtime. Beides tolle Projekte, empfehle ich unbedingt mal reinzuschauen. Äh, ja. Heute kriegt ihr gleich zwei Folgen Xenoblade Chronicles, kann ich euch direkt schon mal sagen. Also ihr kriegt später noch eine zweite, aufgrund der ganzen Spezialwochen. Und wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Wir hatten hier Materialien geholt, damit der einen Nop und sein U-Boot da zusammenbasteln kann. Und dort wollen wir jetzt hin. Aber vorher, ich hatte hier irgendwo in der Nähe noch einen Boss gesehen beim letzten Mal. Den wollte ich heute eventuell bekämpfen. Ja genau, den da meine ich. Den da wollen wir zuerst fertig machen. Erstmal umwerfen. Ich frage mich, ob ich ihn umgebracht hätte, den Vogel, wenn der jetzt heruntergeflogen wäre. Hinter ihm ständig ist auf jeden Fall unmöglich. Und eigentlich sollten wir den Easy Platz kriegen. Oh, wir arbeiten schon mal Union Tion zusammen. Also an der Stelle übrigens, die letzte Aufnahme ist bei mir wirklich mindestens drei, vier Wochen her. Dass ihr da noch mal Bescheid wisst. Oh, Synchro Stufe 3. Das wird gut Schaden machen. Oh, das ist gut. wir haben die angriffskette noch hinbekommen für sowas kommando das stimmt ja draußen haben wir jetzt immer diese augenklappen auch das habe ich gar nicht so wirklich mehr auf dem schirm gehabt na gut wir sehen uns am ende der kette nur das sind wir auch direkt am ende der kette obos kann man dort nicht mal so wirklich lang für die normalen kommandos eigentlich auch generell effektiver aber wenn man schon euro burskommando zur verfügung hat dann nutzt man es ja auch mal könnten wir vielleicht uns erst einmal versammeln dass er nicht über der klippe hängt sehen so ein bisschen hier an land locken komm näher du sollst nur die über der klippe hängen ich bin glaube ich von der klippe nicht mehr weg er steht übrigens wieder auf wenn man in die klippe runter schmeißt viel hat er ja nicht mehr ach komm beenden wir es und dort kathare die prächtige down unter der erde na gut jetzt sehen wir uns bei dem u-boot wieder hier gab es den reisepunkt job well done someone pull all nighter to install expect to be ship shape by tomorrow morning that soon someone never flounder always get job done thank you so much thank you not necessary someone is fixer-upperer by trade what's that ah this is ultimate vessel ultimate vessel that right even vortex in raging great sea not slow advance it go down in history as queen of boats still work in progress but sure to bring to fruition someday okay wir haben ihn seine äther zählen gemacht ich hätte gerne vorher gewusst dass seine reisestation ist und jetzt müssen wir erstmal wieder warten ja ich darf zum wohnheim zurück there all done wow amazing okay i'll bag you the next one i even brought the materials and stuff make me something mega cool yeah sure what kind of blade do you want sword gun fists okie dokie hey hmm if we didn't have to fight each other you think that could have been urine urine did you ditch training again just to work on this stuff did not what i'm not skiving i just had a bad headache i gave notice to excuse me no one did that for you right yeah i'm used to doing it i'm used to doing it okay it's done hold on is that who's that plans plans this one's uni and this is noah hey that looks just like me good job matey huh i love it i love it urine uh yeah 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 we don't have your talent all we can do is slash and shoot each other but you create things hey so who's this we know someone like that looks like a real tough fella um that's uh it's me what this is you it looks nothing like you yeah but like that's what i want to end up like someday silly huh it's not silly i believe in you i've seen exactly what you can do you think he's got what it takes you're talking out your bum no i'm not he can do it right yorn i'll try then i'll try really hard he looked up to me man smiling sometimes it's hard to judge huh what we're supposed to be protecting it all gets a bit blurry yeah even so his smile was the real thing we should cherish that next time we'll think twice about who really needs punching yeah yeah i hear you 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 So, you saw it. Huh? Your husk, your own lifeless husk, you've come across it. How did you...? Your eyes. You looked like you were gazing into your own past. That's crazy. Live long enough and you learn how to figure out stuff like that. Oh, it hasn't been as long as you think. But folk do tell me I'm pretty sharp. Huh? That all? How come you don't wake these guys up? Can you use the help? Or is it because they'd just be Mobius fodder? They can't be fodder. If we wake them up here, they'll be freed from the shackles of the flame clock. So why then? Because this is our fight. We don't know how long it'll take. And their lives are short. So you don't want to get them mixed up in everything. That's one reason. And the other? People need to learn who they really are. What they have to leave behind for posterity. I want them to wake up in a world that affords them that chance. How do we discover who we really are? That from the husk. Yeah. You won't find yourself there. Huh? You've got to look to the present and the future only. The one in the past, it isn't you. You didn't make that and it's not yours. Make that? But look to the future and you can build yourself up however you like. You can become whoever you want to be. I can? You've got the power to do so. Be true to yourself. Thank you. That's... Well, that's what my dad always said. Your dad? But it goes for you, too. True to myself. We'll see. We'll see you next time. Have Ihr soup ist eines der Highlights des meinem Tag. Wirklich? Wow, danke. Ich bin glücklich. Es war nur die Wahrheit. Willst du etwas? Für den Test testen? Für wirklich? Good, dass ich früh früh bin. Du möchtest mit dem Kuchen? Oh, es hat mich gebrochen. Es ist ein Ritual, jetzt. Ich kann wirklich den Tag nicht anfangen, ohne einen Pott zu machen. Ich verstehe dich. Du hast zwei Monate, seit dem Krieg. Ja. Du bist schwer. Kein Worte. Eh? Wir haben von Uni gehört, dass du einfach wie wir uns bist. Oh, diese Part. Ich habe mich plodiert, zu spielen, alles cool. Aber wenn wir ihn wiedersehen, habe ich gedacht... Nein, ich habe alles zu tun. Ich bin auch Angst, nur so Sie wissen. Seit Monika uns die Wahrheit erzählt hat, habe ich... Nein, ich bin sicher, dass ich mir wiedersehen kann. Ich bin so sicher. Es war schwer, nicht wahr? Ja. Aber... Es schreit zu ignoranzieren. Das ist auch das Noah. Du bist schwer wie die Hände. Was wir nicht wissen, vielleicht auch nicht existieren. Es ist eine offensichtliche Weise zu denken. Aber es ist nicht richtig. Verbrechen meine Augen nicht bedeutet, dass der Gehör wegstehen. Und so, du gehst weiter? Ja, ich werde weitergehen. Während meine Flamme immer fliehen nach dem bitteren Ende. Mit all of you. Du sagst es. Ich koste die immer zu früh ab. Aber ich sag euch. Meine Suppen sind der Hit. Das Einzige, was ich gut kochen kann. Jetzt darf ich wieder erstmal zum Schiff runter. Wir versuchen unser bestes. Okay. Jetzt halt doch mal die Luft an. Ja, wir sind ganz uhr. Wir sind ganz uhr. Das klingt nach Spaß. Das klingt nach einem Plan. Wir sind bereit. Mir gefällt sein Schnurrbart. Feierwillige vor. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Das ist schwer zu beurteilen. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Und wie wir das Schiff dann fahren. Ich hoffe ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute. Bis dann. Bye. Bye. Bye.